Radar erreicht neue Dimensionen. Mikropilot FMR10 und FMR20. Innovativ und effizient. Der berührungslose Füllstandradar Mikropilot FMR10 und FMR20. Für Anwendungen im Wasser- und Abwasserbereich sowie für Hilfskreisläufe in allen Industrien. Endres & Hauser bietet die kompaktesten Radarmessgeräte dank innovativem Chip-Design. Dies garantiert die perfekte Abstimmung auf die Applikationen. Die Radarmessgeräte Mikropilot FMR10 und FMR20 mit Bluetooth-Drahtlos-Technologie und die SmartBlue-App bieten einfache Inbetriebnahme, Betrieb und Wartung. Zur Inbetriebnahme werden keine Werkzeuge oder Adapter benötigt. Zusätzlicher Verdrahtungsaufwand entfällt. Mit wenigen Hauptparametern, Leer- und Vollabgleich sowie Störecho-Ausblendung ist die Konfiguration extrem einfach. Verbinden, einstellen, fertig. Mittels App sind alle Daten und Informationen zugänglich. Zum Beispiel die Signalkurve für Wartungszwecke. Das spart Zeit und Geld. Daten lassen sich dank SmartBlue einfach mit dem eigenen Servicepersonal teilen oder auch mit einem Servicetechniker von Endres und Hauser. FMR10 und FMR20 sind die Radarmessgeräte mit dem besten Preis-Leistungsverhältnis ihrer Klasse. FMR10 und FMR20 überzeugen mit einfachem, sicherem und geschütztem Fernzugriff via Bluetooth, selbst in explosionsgeschützte Bereiche oder an schwer zugänglichen Stellen. Die passwortgeschützte Kommunikation sowie die verschlüsselte Datenübertragung verhindern unbefugten Zugang oder Manipulation der Daten. Die Verschlüsselung ist vom Fraunhofer-Institut geprüft. Radar erreicht neue Dimensionen.